Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Mutti beim Wande. Heute gibt es wieder eine Folge auf der schneiden Hochebene gegen Cercterrano. Unser Lieblingsfeind, also nicht Lieblingsfeind, die Map ist eigentlich ganz cool. So, gutluck heran. Gutluck heran. So, ich mach dicht. Jo, mach das. Ich glaube, wenn ich jetzt Scouting gebe, ich bin bestimmt zu spät zum... Du brauchst mehr Mineralien. Sind ja noch genug Pristalle da. Zum hier ein Exit-Denine-Auralon ist... Exit-Denine, ja. Es ist zu spät. Ich bin bestimmt zu spät, um ein Gate zu bauen. Wir brauchen mehr Mineralien. Du hast zu wenig Minch. Der Rana kommt. Der Rana ist drin. Jetzt schon. Ja. Der Rana steht bei mir. Sonde treibt Terana an. Äh, Drohne. Bin ich schon wie du. Alles deine Schuld. Haha, hab ihn noch nicht geäxt. Haha, wisst du schon wie ich. Da siehst du. Multiplifiziert. Ich hab den Workout bekommen. Juhu. Ja, der hat nicht geäxt. Ich hab den Workout bekommen. Ja, die haben nicht geäxt. Ich hab den Workout bekommen. Glückwunsch. Die haben nicht geäxt. Da kommt gleich was. Ich hab nichts. Kann Drohnen bauen. Ja, das kann ich. Ich hab immer noch nicht geäxt. Außer der und ich verteidigen die Stelle. Oh. Da kommt bestimmt gleich ein Repo-Push oder so. Mist. Der Rana hat doch bei sich hinten gebaut. Hier so ein Depot. Ja, dann ist es wahrscheinlich auch nicht dicht. Da kommen die ersten zwei Linge. Ja. Das wird ein Push. Der Pool ist aber auch gleich durch. Na, dann brauchst du mal Linge. Ja. Bau ich schon. Lippen werden dran geworbt. Ohne Boost. Muss ich eigentlich gleich bauen. Au. Was. Planetary Rush. Geil. Planetary Rush. Alter, was ist das denn? Die ersten Geborenen werden noch nie. So, alles drauf. Ich stell mir mal ein bisschen was am Eingang hin. Du kannst meinen. Meinen weiter. Okay. Da kommt Baylinge. Kannst nicht weiter meinen. Wo, 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 wo? Bei dir in der Base. Oh, oh, oh. Vorwärts. Bwaaaaah. 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 Nicht alle. Ach, Schwein gehabt. Scheiße. Die Planetary ist durch. Aber die brennt. das heißt sie packt ab ja er muss trotzdem weg ist weg wo kommen die band linge her ja gedruckt das war's schon die vorbei das ist echt mal geil das habe ich schon lange nicht mehr gesehen ja platten zwei okay da kommt gleich noch eins dran hängen also das war echt mal was geiles länder terrier schmidt auch was vor mit dem balding kann auf einmal war es schwierig naja das war schon nicht schlecht also das war echt überraschend halt ne das war echt überraschend aber die waren auch nur platin bei den spieler also wenn man weiß was dann passiert was du machen musst naja klar gut dass du das gesagt hast ich wäre da fast in die band linge rein ich habe fast alle wirker verloren ich hab's ja gesehen waren alle fast tot naja aber glück gehabt ist nicht ganz gestorben oh peter lustig gegen peter lustig das bleibt nicht lustig und das ist lustig gucken was jetzt vom käse kommt ja löwenzahn das spiel davor war echt geil das war echt noch was anderes jetzt kommt wohl hier und ich bin gut drauf ja das hat auf jeden fall das spiel davon hat mir richtig spaß gemacht schön auf planetarium was richtig geil richtig schön oldschool das ist echt mal was oldschool mäßiges was war das war eigentlich der gegner jetzt da ist zu feier da muss ich mal reingucken terraner und terraner ne terraner dann terraner podos ich habe mich habe mineral geklaut kein doppel geld kein doppel gas gas wird genommen ich kann dazu noch mal rein scouten muss aber boomlinge rein nehmen wie wärs mit boomlingen arsch ich komm nicht mal raus ne ja ich kann boomlinge dann bauen dauert auch ein bisschen ey ey exterraner ok wolltest du auf jeden fall boomlinge bauen sooo kommt kommt ja auch die posten wir nicht so ich will nicht mehr da hin ich hab gleich ne queen alles schick so boomling nest kommt da kommt ein reaper fast tot so wollen wir los oder was ja können wir langsam ähm mutische core bauen hab ich vergessen das kommt das kommt aber bis zum bailing dauert es noch paar sekunden ja 20 und dann habe ich auch nicht genug gas für ein paar reicht's mehr overlords brauche ich auch noch oh hier sind marines die sind tot da ist er da ist er oh geaxed geaxed auf den plon auf den plon plon muss weg so ich hab wehlinge ja schön ich mach noch ein paar mehr oder wir haben noch ein paar mehr das wird der mothership komik gebracht ne den nehm ich immer mit der ist gut soll ich bailing los oder was das ist schlecht auch komplett zu das mache ich denn kommst du nicht rein was würde du meinst na dann echsen der ist offen noch die kaserne ich hab geboren ist offen oder ja ja wo 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 ist wo ist ja hier im los ich muss aufs dónde hin sind die flieger ich komme jetzt gleich dann gehen gehst du noch weiter auch ich hab nie mal viel oh hier sind flieger im flieger hab ich noch nichts geht er immer noch der scheiß flieger da ist eine dinge kommt da noch ein verhecken ja ich weiß so ein checken in checken so wie wir gleich noch mal ein go machen das war zu wenig schaden die gemacht haben ja man war eigentlich fast gar nicht schaden gemacht wenn sie was gebracht hat halt dass sie ein bisschen gebäude bauen und dass sie halt nicht die exe gleich setzen konnten hat es halt abgebrochen da ist der felgen schon wieder irgendwo ich hab einen roten punkt gesehen irgendwo da kommt er auch bei mir mit dem einen oder was hier sind wir mit dem einen bei mir ja wo ich bin oben los da auf den schnell dauert ein bisschen hier irgendwo ist die hin da ist er Mehr Gas, nur rüber. Oh, ne Exo. Brauch mehr Gas. Ja, brauch ich auch. Was ist denn hier vorne? Ich darf nicht wieder zu lange warten, ne? Ne, ich bin schon dabei. So, Storm kommt jetzt, also wird gerade erforscht. Da kommen sie jetzt vorne, da stehen sie komplett. Ja. Ich kann nochmal reingucken da. Ciao. Ich bin das erklärt euch. Das ist... Ich brauche das, das upgrade. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. Wir brauchen mehr Mineralien. Na, die haben vorne die Echse genommen. Alle Min's abgebaut. Hoffentlich hast du noch ne Exo. Da kommen sie. Kommen jetzt her. Hm, von der echten Seite. Ich hab zu wenig Produzionsgebäude. Also bei dir kamen sie da deine Seite lang. Okay. Ne. Gehen auf jeden Fall auf den Sack. Wir brauchen mehr Gates. Mach Schaden irgendwie in der Ecke. Ja, ich hab schon was rausgenommen. Koch. Schaden Sie. Ach, mich. Ich bin schaden. Ach, ich bin ja eine Seite lang. Ach, nein... So, jetzt sind meine Forschungen durch, nur noch meine Upgrades. Jo, aber da werden wir jetzt überall Türmchen bauen. Denk ich mal. Hier draußen haben sie es noch nicht. Doch, wollen sie? Du, lass dich da nicht kriegen von denen. Nee. Ich bin nicht vor, mich kriegen zu lassen. Aber der eine auf dem Schiff hat gerade ein Mannerschiff vor, oder? Ähm, Mannerschiff. Nee, der hatte nur ein Flieger. Depot. Ich glaube, das ist viel zu wie das Dorn, aber ist egal. Ja. Könnte ich mal die Echse hier freimachen. Ich stehe auf jeden Fall hier draußen. Du hast halt jetzt die Gold. Ja, die Gold. Meine Linger will ich nicht mehr den schicken. Da fliegt die Flieger weg. Mach die Flieger weg. Nein. 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 Voltray sind raus. Marines sind auch fast raus. Masami ist bei sich zuhause, wir können uns da vorne rausnehmen. Na, die sind weg. Dann weiter, go, go, go. Warte. Ich hab doch keine Truppen, ich hab doch nur... Ich denke gerade, die Sturms können nicht stacken, ne? Ich weiß. Ja. GG. Da war noch Widow Mines, ich hab genau in die Widow Mines reingeworben, ne egal. Haben wir gewonnen. Egal, gewonnen ist gewonnen. Richtig schönes Makro-Game. Und wir sind schon bei über 4000 MMR. Wäre wieder besser. Dann muss ich sagen, sehen wir uns im Endeffekt. Tschüss, tschüss. 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 Und das war's auch schon mit dieser Folge. Denn wie ihr wisst, alles hat ein Ende und auch diese Folge hat eins. Wenn's euch gefallen hat, schaltet gerne morgen wieder bei uns ein. Wer nichts verpassen will, kann gerne kostenlos unten links abonnieren. Dann haben wir immer oben rechts unser Startup-Projekt und unten rechts Nanospec für uns. Dann schaltet noch morgen wieder ein. Eure Mutti beim Bande. Und bei uns einfach mal wieder ein. tormentlos und einen hungricon damit es velocidad wird. ceder Bande. Cause a welcher sich dabei. bee bluntier. So was dann mit ihr? Untertitelung des ZDF für funk, 2017